Zusammen mit um halb an der Bar zeigen wir dir heute diese Sicherheitsweste mit dem SoulFist Logo von um halb an der Bar und dem Sponsoring Scooter Center Print am Rücken. Mit dem Kauf dieser Weste unterstützt du die Organisation, die sich um verunfallte Rollerfahrer und deren Angehörige kümmert. Trägst du die Weste auch selber? Tust du was zu deiner eigenen Sicherheit. Schau dir hier diesen Vergleich an. Einmal ohne Weste, einmal mit Weste Und einmal mit Weste und zusätzlich der Motor Nostra Notfall Pannlampen. Hi, need help? Diese Weste und andere um halb an der Bar Produkte bekommst du jetzt in deinem Scooter Center Shop www.scooter-center.com 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 www.scooter-center.com